Hallo! So ist es mit der Zeit all hier. Erst trägt sie dich, dann trägst du sie und wann es vorüber, weißt du nie. Es gibt zwei Uhren. Zum einen die Hardware-Uhr, Batterien gespeist und unabhängig vom Betriebssystem. Zum anderen die Systemuhr, ein Programm. Beim Neustart wurde die Systemuhr entsprechend der Hardware-Uhr eingestellt und dann im Linux-System eingesetzt. Sie zeigt die Sekunden an, die seit dem 01.01.1970 0 Uhr vergangen sind. Rechts oben im Top Panel entdeckt man eine Uhr, wandert man mit dem Mauspfeil auf die Uhr, wird zusätzlich noch das Datum angezeigt. Möchte ich das Zeitformat ändern, klicke ich mit der rechten Maustaste auf die Uhr und gehe auf Einstellungen. Nun kann ich mir ebenfalls noch die Sekunden oder das Datum mit anzeigen lassen oder ich wähle einen ganz anderen Uhrentyp. Möchte ich die Zeit anpassen, mache ich mit der rechten Maustaste einen Klick auf die Uhr und gehe auf Datum und Uhrzeit anpassen oder ich wandere mit dem Mauspfeil auf System, Administration, Datum und Uhrzeit oder ich drücke die Tasten Alt und F2 und gebe dem Befehl System minus Config minus Data ein, gebe das Admin-Passwort ein. Okay, jetzt kann ich die Zeit anpassen. Im Textmodus gibt es das Kommando Date, um die Zeit anzeigen zu lassen und zu setzen. Ich öffne also ein Terminal-Fenster, gehe auf Anwendung, Zubehör, Terminal. Was es für Optionen beim Befehl Date gibt, erfahre ich nach der Eingabe. Date, Leerzeichen, Minus, Minus, Help, Enter. Tippe ich einfach nur Date, Enter ein. Sieht die Zeitanzeige wie folgt aus. Das Format der Zeitanzeige kann ich nach meinem Belieben modifizieren. Zum Beispiel, wenn ich nur die Uhrzeit wissen will, tippe ich ein, Date, Leerzeichen, Anführungszeichen, Plus, Prozentzeichen, Groß H, Doppelpunkt, Prozentzeichen, Groß M, Anführungszeichen, das Groß H für Stunden, Groß M für Minuten. Die Weltzeit kann durch die Option Minus Minus UTC angezeigt werden. Mit Option Minus S kann ich die Zeit neu setzen. Das geht aber nur mit den Rechten des Administrators. Ich tippe also vorher ein SU, Enter, gebe das Admin Passwort ein. Ok. Jetzt gebe ich ein Date, Leerzeichen, NSS, Leerzeichen, Anführungszeichen, jetzt die neue Uhrzeit, zum Beispiel 19.30 Uhr, Anführungszeichen, Enter und die neue Zeit ist gesetzt. Ich gebe ein Exit und werde wieder zum normalen Benutzer. Um die Hardware-Uhr einzustellen, gibt es das Kommando HW Clock. Beschreibungen erscheinen nach Mann, Leerzeichen, HW Clock, Enter oder Info, Leerzeichen, HW Clock, Enter. Die Hilfe wird mit der Q-Taste beendet oder ganz kurz, Schrägstrich, ESPIN, Schrägstrich, HW Clock, Leerzeichen, Minus, Minus, Help, Enter. Tippe ich nur, Schrägstrich, ESPIN, Schrägstrich, HW Clock ein, Enter. Wird die Zeit der Hardware-Uhr angezeigt. Mit der Option Minus, Minus, HC, TO, SYS kann ich die Systemzeit entsprechend der Hardware-Uhr anpassen. Umgedreht hilft mir die Option Minus, 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 SYS, TO, HC zur Anpassung der Hardware-Uhr gemäß der Systemzeit. Dazu brauche ich aber wieder Administrator-Rechte. Zum Schluss möchte ich kurz noch das Tool CAL vorstellen. Mit CAL kann ich ein Kalender anzeigen lassen. mit CAL, Enter. Wird der momentane Monat des Jahres angezeigt. CAL, Leerzeichen, Minus, 3. Zeigt drei Monate an. CAL, Leerzeichen, Minus, Y. Zeigt das ganze Jahr an. Gebe ich nach CAL, ein Monat und ein Jahr an, kann ich mir sogar anschauen, wie ein Monat in der Zukunft oder Vergangenheit aussieht. Zum Beispiel CAL, Leerzeichen, September, also neun Leerzeichen im Jahr 2010, Enter. Gut, das war's schon wieder. Dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal. ... ... ...